Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 7,8 Litern pro 100 Kilometern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Weltsch Lager Gelächter Vielen Dank.